Dubai. Der perfekte Ort für einen Test der Superlative. Grip bringt den stärksten, schnellsten und krassesten SUV der Welt ans Limit. Was hat der neue Bentley Bentayga wirklich drauf? Los, los, los. 250, 260. Das schafft man. Vollgas Richtung Wüste. Schafft es der Bentley durch die Schlucht des Teufels? Du kannst dich überschlagen. Überschlagen? Ist der Bentayga tatsächlich der Super-SUV? Du musst mir ein Angebot machen. Okay, 1,5 Millionen Dirham. 1,5 Millionen? Bentley baut zum ersten Mal ein SUV. Vor der Markteinführung darf Matthias ein ultra-seltenes Vorserienmodell testen. Dieses Auto ist ein Superluxus-SUV. Und eigentlich müsste der hier sehr, sehr gut ankommen. Es gibt noch kein einziges Fahrzeug, was in Dubai verkauft wurde. Ich habe das einzige Auto unterm Hintern, was es hier gibt. Und das hat es in sich. 608 PS, 12 Zylinder, über 300 kmh schnell. Kurz, der Bentayga ist ein Muskelprotz vor dem Herrn und richtig teuer. Los geht's bei 208.000 Euro. Dieser kostet eine Viertelmillion. Nein, jetzt fahr mir keiner rein. Das Auto soll so bleiben, wie es ist. Das ist auch Dubai, ne? Ja, ich kann auch hupen. Ich bin aber als Erster wieder weg hier. Tschüss. Boah, Alter, wie der anschiebt. Das ist nicht mehr normal, ne? Festhalten, in 4,1 Sekunden bricht dieser Koloss von Null auf Tempo 100. So schnell wie ein Porsche Carrera S. Downsizing spielt bei diesem 5-Meter-Schiff auf 21-Zoll-Schlappen absolut gar keine Rolle. Der aufgeladene 6-Liter-Motor folgt dem Motto, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Im noblen Salon sind natürlich nur die feinsten Materialien verbaut. Auch wenn es Matthias nicht glauben will, hier sind die Schaltwippen aus dem Vollen gefräst. Wir sind aus Metall. Also zumindest, das ist kalt, das sieht aus wie Metall, das ist auch Metall. Oder? Habt ihr mal ne Feile? Könnte ich das mal eben anfeilen, das Ding? Klar doch. Unser Kamerateam ist ja gut ausgerüstet. Das ist wirklich aus Metall. Das wäre also geklärt. Angeblich soll der Bentley über 300 Sachen laufen. Schneller als jeder andere Geländewagen. Ich will jetzt aber echt mal 300 fahren, ne? Könnt ihr mal alle weggehen? Matthias fährt zum sogenannten Highway der Tuner. Hier ist er mit Mattia Bellussi verabredet, einem Extrem-Tuner. Der deutsche Italiener schraubt exklusiv für die arabischen Herrscher und quetscht aus den sündhaft teuren Supersportlern noch mehr Leistung raus. Mattia hat beste Kontakte. Für Grip hat er es geschafft, das Tempolimit heute aufzuheben. Mattia, mein Schätzchen. Ja, mein alter Racer. Freut mich jetzt, ja? Mich auch. Wie geht's dir? Geht's mir gut, geht's mir gut? Immer noch bescheuert? Immer noch bescheuert. Sehr gut. Schönes Auto hast du dabei. Ja, du hast aber auch hier eine absolute Neuigkeit. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen wenig Zylinder hat der, ne? Ja, genau, weil du zwei mehr hast. Was sagst du zu dem Auto? Amazing. 301 Stundenkilometer ist das schnellste, das ist so wie der Welt. Dieses einen Kilometer drauf, ja? Den wollen wir jetzt sehen. Können wir das hier machen? Weil normalerweise ist ja 120, ne? Ja, wir haben hier alles ausgeschaltet, ja? Also funktioniert gut. Einfach nur hier hinterher fahren und vielleicht jump ich einfach mal mit dir mal im Fahrzeug und ja, wir sehen, ob wir mal hier die 300er Marke erreichen können, ja? Jalla, ich glaube, das können wir. Schafft es Mattias mit diesem Dickschiff auf öffentlichen Straßen 300 kmh zu fahren? Sobald der Highway leer ist, geht's los. Die 300er schaffen wir bestimmt nicht. Das hast du ne Ahnung. Ja, jetzt mal sehen, ja? Das Ding ist schwer, groß. 4,1 auf 100. Vollgas. Vollgas. Wow. Merkst du das, wie der sich reinkrallt und bam, da sind die 100 schon. Amazing, amazing. 120, 130, 140, 150, 160. Pull, 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 pull. 25 Kilometer ohne Speed Limit. Freie Bahn für den Bentley. 220. Plötzlich muss Mattias in die Eisen steigen. Guck mal da. Das Kamel steht auf der Straße. Ich flippe aus. Es ist extrem gefährlich, ja? Ja, ja, wir fahren, deswegen fahren wir so langsam vor. Ungerechnet 10.000 bis 15.000 Euro Strafe, wenn man einen Kamel tötet, ja? Nichts passiert. Nächster Versuch, Vollgas, die zweite. Geil. Ey, das ist doch Wahnsinn, oder? So ne Riesenkutsche, ey, echt? Diagnose, dicke Hose. Wie krass der schiebt. Und jetzt der Sand quer über die Fahrbahn. Busch, 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 busch. 250, 260. Das schafft man. Das ist abgeregelt, ich flippe aus. 300 fährt nur die Serie. Dieses Vorserienmodell ist abgeregelt, doch die Beschleunigung ist brutal. Bis er bei 260 ist, bis er in diesen Begrenzer reinfährt, ist es wie gegen eine Wand zu fahren. Absolut, also die 300er. 260. Die 300er schafft er ohne Pro, ja? Also das Auto pusht ohne Ende all the way, ja? Also geil. Martin, super Job. Danke dir. War wieder eine Freude. Bis bald. Ich seh dich mal. Yes. Ciao. So. Doch das war nur der Anfang. Das hier ist der letzte Kreisverkehr, bevor wir den Asphalt verlassen. Jetzt wird's richtig krass. Was hat der Bentayga im Gelände drauf? Matthias fährt mit dem Edel-SUV in die Wüste zum Extremtest. Er will mit dem Bentley eine berüchtigte Megadüne hochklettern. Eine Challenge, an der sogar reinrassige Geländewagen scheitern. Ist der Bentley wirklich offroad-tauglich oder geht er hier unter? Matthias ist mit einem Wüstenprofi verabredet. So, also mein Kontakt ist noch nicht da, aber das macht nix. Wir können schon mal mit Luftdruck anfangen. Wir müssen den nämlich einen Tacken runter setzen. Ich mach das jetzt mal so ein bisschen Pi mal Daumen. So hat der Reifen mehr Kontakt zum Untergrund. Das ist wichtig, um im Tiefensand überhaupt vorwärts zu kommen. Falls der Bentley stecken bleibt, müssen 2,4 Tonnen freigeschaufelt werden. Mitten in der Wüste. Ich meine, das sieht doch schon mal ganz nett aus hier, oder? Können wir uns doch mal ein bisschen warm fahren. Übrigens, Matthias ist kein Offroad-Profi. Alter, ist das hoch. Wenn ich mich jetzt festfahre, ne? Das wäre nicht so gut. Matthias' Taktik, einfach Vollgas geben. Den Rest übernimmt der intelligente Allradantrieb mit speziellem Sandprogramm. So kann nichts schiefgehen. Zumindest beim Warm-up. Oh, Alter, das ist ja krass. Voll den Schnee übers Dach gepfiffen. Mit 2,4 Tonnen auf den Rippen ist der Bentayga zwar kein Fliegengewicht, doch am Steilhang ist davon nichts zu spüren. Ey, dieses Teil macht so einen Spaß. Ich flipp komplett aus, ey. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das macht viel mehr Spaß, als 300 zu fahren. Das bleibt nicht unbemerkt. Einheimische wollen sehen, wie sich der Bentley durch den Sand wühlt. Kommt Matthias die Düne hoch? Ja, ja, komm, 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 Baby, komm. Wir wollen hoch. Der wühlt sich hier hoch, das ist ja unfassbar. Was piepst du? Ja, 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 ja. Komm, Baby! Jawohl, jetzt sind wir oben! Doch diese Düne ist nur ein flacher Hügel im Vergleich zur nächsten Station. Matthias macht sich auf den Weg zu einer richtig krassen Challenge. 30 Kilometer entfernt befindet sich die sogenannte Schlucht des Teufels mit der höchsten und steilsten Düne der ganzen Gegend. Klingt gefährlich, ist es auch. Es gibt diese Legende, die sagt, wenn du da nicht hochkommst, dann kannst du dein SUV gleich zu Hause lassen. Dann brauchst du hier nicht anzukommen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil du den hier nicht verkauft kriegst, wenn er da nicht hochkommt. Das ist sozusagen die Meisterprüfung für jedes SUV. Matthias will ans absolute Limit gehen. Ja, Leute, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Wir sind in Dubai in der Wüste und es regnet. Im Frühling ist das nicht ungewöhnlich. Nach ein paar Tropfen ist es schon wieder vorbei. Alter Schwede, ist das hoch! Ankunft in der Schlucht des Teufels. Matthias ist mit dem einheimischen Offroad-Profi Marshall Shane verabredet. Er kennt die Megadüne aus dem FF und kann ihm wichtige Tipps geben. Hier hochzufahren ist nämlich richtig gefährlich. Schön, dich kennenzulernen. Hi, wie geht's dir? Ja, gut, aber ehrlich gesagt, wenn ich das hier sehe, kriege ich ein bisschen Angst. Es ist sehr steil. Steil? Ja, der Aufstieg ist sehr steil. Viele Autos schaffen das nicht. Und es ist sehr gefährlich. Du kannst dich ganz schnell überschlagen. Überschlagen? Ja, das Auto kann sich überschlagen. Also, wenn du versuchst, hochzufahren, musst du gerade hochfahren. Gerade aus. Ja, das kann ich. Wo hast du den her? Den habe ich noch nie gesehen. Der ist nagelneu. Das ist der erste und einzige in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was ist eigentlich mit dem Auto da oben passiert? Das ist heiß gelaufen. Es hat sich überschlagen und ist abgebrannt. Was? Und da sind noch mehr Autos hinter der Düne. Noch mehr? Ja, da sind noch zwei. Okay. Die Besitzer schlachten gerade die Wracks aus. Wie es zum Brand kam, klingt unglaublich. Diese Geschichte mit den zwei abgefackelten Autos ist wirklich Wahnsinn. Der erste, der da stand und gebrannt hat, ist da hingefahren, hat sich festgefahren. Irgendwie hat sich versucht, wieder rauszubuddeln. Dabei hat er einen Motorschaden erlitten. Und dann hat die Kiste halt einfach Feuer gefangen. Feuerlöscher war nicht an Bord. Dann haben sich aber die Kumpels gedacht, pass mal auf, wir schaufeln den jetzt mit Sand zu, damit der nicht komplett ausbrennt. Dann sind die mit dem anderen Auto davor gefahren und wollten mit den Rädern so viel Sand da drauf schaufeln, dass das Feuer gelöscht ist. Hat leider nicht ganz geklappt, weil irgendwann ist dem vorderen Fahrzeug der Turbolader aufgrund der hohen Leistung geplatzt. Auch dieses Fahrzeug fing Feuer, auch dieses Fahrzeug ist abgebrannt. Was die Laune der Männer aber nicht mindert, schließlich war es ein großes Spektakel. Außerdem gibt's jetzt die Gelegenheit, sich nach frischem Offroad-Spielzeug umzuschauen. Der Bentley könnte ein geeignetes Gefährt für die reichen Araber sein. Doch dafür muss er nicht nur schick aussehen und ordentlich Dampf haben, sondern auch klettern können. Matthias fährt zurück zum Fuß der Megadüne. Kann sie der Bentayga gleich bezwingen? Auch die einheimischen Offroad-Fans sind gespannt. Das Lustige ist, bei dieser Düne, da war so viel los. Also anscheinend, wenn so ein Araber so eine Düne sieht, dann sagt er, okay, da möchte ich gerne nach oben und dann mal von oben runter gucken. Deswegen ballern die da alle immer auf diesen Dünen hoch. Was Matthias nicht weiß, heute hat noch kein einziges Fahrzeug den steilen Aufstieg bis zum höchsten Punkt geschafft. Die einzigen Allradler auf dem Gipfel kämpfen sich über den wesentlich flacheren Seitenkamm in Richtung Spitze. Immer wieder setzt Nieselregen ein. Das macht das Fahren im Sand heute besonders tricky. Auch Offroad-Profi Marshall hat es bisher nicht geschafft, den Hang hochzufahren. Boah, springt aber ordentlich. Marshall probiert's immer wieder. Das sieht nicht gut aus. Keine Chance. Immer wieder rutscht der Einheimische am Hang weg. Sein Pickup ist übrigens auf einen bärenstarken Ami V8 umgerüstet. Doch das nützt ihm diesmal gar nichts. Marshall muss abbrechen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was ich da mit meinem Bentayga mache. Auch der Nächste scheitert. Dieser Pickup steckt an einer gefährlichen Stelle fest. Matthias darf die Ideallinie nicht verlassen. Okay. Viel Glück. Danke. Ich schau dir von hier zu. Ja. Halt schon mal den Feuerlöscher bereit. Hoffentlich nicht. Um überhaupt eine Chance zu haben, darf Matthias nicht zu viel Gas geben. Sonst wird auch er stecken bleiben. Noch schlimmer, wenn der Bentley quer steht, kann er sich überschlagen. Hoch, bitte hoch. Bam! Wenn du hier gerade hochfahren kannst, muss das Auto sehr gut sein. It must be very good. So geht das. Gut gemacht. Er hat's geschafft und er fährt noch weiter. Krass. Wahnsinn. Alter, wo bin ich denn jetzt? Unglaublich. Der Bentayga hat es tatsächlich auf die Spitze der Megadüne geschafft. Dort, wo heute reine Offroader gescheitert sind, ist der Bentley als einziges Auto hochgefahren. So. Gut gemacht. Gut, oder? Es war wirklich sehr gut. Er hat offiziell bestanden. Also dann kann ich's jetzt verkaufen, ne? Okay. Ja, das wirst du bestimmt. Vielen, vielen Dank für alles. Bye-bye. Bye-bye. Nach dem Performance-Check auf dem Highway hat der Bentayga auch die Bewährungsprobe in der Wüste bestanden. Allradantrieb und die 608 PS Maschine leisten ganze Arbeit. Zurück in Dubai City. Am Abend erwacht hier das Leben. Dann fahren die Leute nach der Hitze des Tages ihre Autos spazieren. Das Motto sehen und gesehen werden. Matthias macht mit und checkt, ob sich die Menschen nach dem neuen und 200.000 Euro teuren Bentayga umdrehen. Und das war jetzt mit dem Bentayga doch schon ganz schön krass, weil die Leute echt geguckt haben. Also das war nicht so wie mit einem, weiß ich nicht, mit so einem krass lackierten Ferrari oder so, dass wirklich alle Leute sofort Handy raus sind, tak, tak, tak. Aber du hast immer gesehen in den Autos immer so. Die Ausgemeile The Walk. Hier ist Posen angesagt, also Fuß vom Gas und auf dicke Hose machen. Das kannst du, Matthias, oder? Dubai Live. Achtung, Rolls Royce von links. Das hat ein bisschen Partymusik. Der ist komplett verkromt. Ich glaube, ich spinne. Habt ihr schon mal so ein Auto gesät? Ich nicht. So, Leute. Sollen wir zurückrufen. Das ist nur grüßen. Show-and-Shine-Test bestanden. Der Bentayga sorgt für einen dicken Auftritt. Bleibt nur noch eine Frage. Ist er im autoverrückten Dubai genauso begehrt wie Lamborghini, Bugatti und Co.? Matthias hat eine Idee. Bentay hat uns vertrauensvoll dieses Fahrzeug ans Herz gelegt und hat gesagt, hör mal, das ist wirklich der Einzige, den es hier gibt in Dubai. Bitte macht keinen Quatsch damit. Nee, machen wir nicht. Wir versuchen nur, den zu verticken. Was machen wir? Matthias fährt zu Alain Klaas Motors, dem ultimativen Edelhändler des Orients. Falls es einen Autohimmel gibt, muss er wie dieser Showroom aussehen. Alter. Matthias ist aus dem Häuschen. Königsegg Agera RS. MGT2 RS. Kleinen Bugatti. Oh, jetzt habe ich hier. Vorsicht! Wie viel Kohle steht hier rum? Das ist unfassbar. Porsche 918 Spyder. Ferrari F12. Pagani und so weiter. Ich war es nicht. Ich habe es nicht gemacht. So, hier mal ganz kurz innehalten. La Ferrari. Und auch davon haben wir nicht nur einen, sondern dahinter steht gleich noch einer. Ey, ich glaube das nicht. Was ist das denn für ein Laden? Auf jeden Fall einer der teuersten und exklusivsten Autohändler der Welt. Denn hier stehen nur die angesagtesten Schlitten. Oh, da ist der Verkäufer. Hi, freut mich. Hallo, wie geht's dir? Ich bin echt baff. Unfassbar, was für Autos hier rumstehen. Du kannst hier alles finden. Alles? Alles. Wie viele Millionen Euro sind hier in diesem Raum? Das muss ich ausrechnen. Ja, was schätzt du? 20, 25 Millionen? Mehr. Deutlich mehr. Okay, was ist das teuerste Auto hier? Der La Ferrari, der kostet 3,2 Millionen. 3,2 Millionen? Ja. Was war denn der Neupreis nochmal? 1,3 Millionen. Wie läuft das jetzt ab, wenn der Kunde sich den La Ferrari anschaut und ihn kaufen möchte? Wer sich so ein Auto kauft, ist kein normaler Kunde. Er denkt ganz anders. Er will den La Ferrari und weiß, dass es auf der ganzen Welt nur 499 Stück davon gibt. Es ist halt ein Sammlerstück. Also er kauft ihn einfach. Natürlich, klar. Und kommen die dann mit Taschen voller Geld oder wie läuft das ab? Ja, logisch. So jemand bringt das Geld bar mit und legt es auf den Tisch. Die bringen das in bar mit? Ja, klar. Einmal kam ein Kunde und wollte einen Bugatti. Er hatte das Geld bar dabei und wollte nicht warten. Er hat gesagt, hier ist das Geld und ich will den Bugatti sofort. Er legte das Geld auf den Tisch und das Auto war in einer halben Stunde verkauft. Wie viel kostet der Pagani? Das muss ich schnell umrechnen. Moment mal. So, dann musst du ganz kurz im Handy nachgucken, was Huayara kostet. Huayara. So ungefähr 1.775.000 US-Dollar. Okay, 1,7 Millionen Dollar. Hast du vielleicht noch was anderes? Wir haben 918er, ein Königseck. Das Hu is Hu, der Traumwagen. Passt der Bentayga dazu? Heute ist ein besonderer Tag für dich. Ich biete diesmal dir etwas an. Denn ich habe den ersten und einzigen Bentley Bentayga in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das Beste daran ist, er steht vor deinem Laden. Und was sagst du? Sehr schön. Kann ich reinschauen? Ja, klar. Eine sehr schöne Farbkombination. Mach mir ein Angebot. Also der Preis liegt bei fast einer Million Dirham in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber das hier ist natürlich der Erste. Also du bist der Erste, der ihn im Laden hätte. Also brauche ich etwas mehr als eine Million. Aber vielleicht fahren wir erst mal, oder? Ja, klar. Und dann kannst du ein bisschen nachdenken. Okay. Let's go. Oh, er ist das andersrum gewohnt. Normalerweise macht er die Türen auf. Wird der Edelhändler anbeißen? Und wenn ja, zu welchem Preis? Du bist Leistern gewohnt, oder? Ja. Matthias probiert's mit der Innenausstattung. Gefällt er dir? Der Komfort ist gut. Also was denkst du jetzt? Ist ja schön. Mach mir ein Angebot. Ja. Wie viel würdest du dafür bezahlen? Das ist dein Auto. Du musst mir ein Angebot machen. 1,5 Millionen Dirham. 1,5 Millionen. Das ist der Erste und Einzige in den Emiraten. Für die nächsten Monate. Ja. Niemand wird ihn haben. Nur du. 1,5 Millionen Dirham sind umgerechnet 360.000 Euro. Matthias hat knapp 100.000 Euro draufgeschlagen. 1,5. Ich muss das mit der Geschäftsführung besprechen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Kann Matthias den Bentley wirklich so teuer verkaufen? Zur Erinnerung, der Bentayga kostet mit Extras 270.000 Euro. Er telefoniert, er denkt nach, hat mich mit einem Wässerchen mal hier abgeparkt. Der Bock wird jetzt schön hier beim arabischemobile.de eingestellt und dann vertickert. So. Alles klar. 1,5 Millionen? Ja. Wirklich? Abgemacht. Sehr gut. Die Schlüssel. Und wann bekomme ich mein Geld? Gib mir deinen Ausweis, damit wir dir den Scheck ausstellen können. Okay, sehr gut. Ich muss meinen Ausweis mal eben holen gehen. Perfekt. Perfekt. Matthias verkauft den Testwagen und bringt auch noch 100.000 Euro heim. Vielen Dank. Das hier ist der Vertrag. Deine Bankdaten sind hier, dein Name steht hier. Und hier steht, dass du der Verkäufer bist. Ich bin der Verkäufer. Du musst zuerst unterschreiben. Ich unterschreibe hier. Gutes Geschäft. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Bye. Ich flipp aus. So, der Bentley ist weg, ne? Kein Wunder, denn der Bentayga ist tatsächlich der krasseste SUV der Welt. Matthias muss jetzt Taxi fahren. Übrigens, Bentley hat sich den Testwagen zurückgeholt. Schließlich wollen noch andere TV-Teams den Bentayga testen. Deshalb ist er unverkäuflich. Und der Händler hat sein Geld wiederbekommen.